so hallo heute melde ich mich einmal aus meinem pickup heute eine ganz kurze fahrt mit mir und meinem pickup viel spaß dabei so das war auch die kurze fahrt heute ist einer der letzten tage wo ich dieses fahrzeug nun stehe ich es in den winterschlaf so wie man so schön zeit ich zeige euch noch mal wie der tolle v8 dieses autos klingt von außen sich auf parken eingestellt und hier noch mal einen wunderschönen sound von einem haarzeug so hier noch mal das fahrzeug ganzen noch mal der schöne sound von innen so ok das war es auch wieder von diesem video ich sage wieder tschüss bis zum nächsten video bis zum nächsten video